Im Sprachenbereich sind meine ganz persönlichen Highlights unser Online-Gebärdensprachkurs und die Sprache unserer nördlichen Nachbarn, Dänisch. Ein VHS-Sprachkurs zu belegen ist meiner Meinung nach deshalb besonders wichtig, weil sich Sprache am besten wirklich durch sprechen lernen lässt. Dieses soziale Miteinander mit unseren motivierten Dozenten und mit tollen Teilnehmern, das ist das, was das Sprachenlernen bei der Volkshochschule tatsächlich so wertvoll macht.